Die subtile Kunst des Daraufscheißens Mark Manson Gelassenheit finden in einer Welt voller Erwartungen. Entscheide selbstbewusst, wofür sich dein Einsatz wirklich lohnt. Wir leben in einer Zeit, die uns scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten bietet. Ob in der Karriere, bei der Partnerwahl oder im Medienkonsum, keine Generation vor uns hatte so viel Freiheit. Aber warum sind wir dann nicht alle rundum glücklich? Warum fühlen sich so viele stattdessen gestresst und unzufrieden? Vielleicht liegt es daran, dass wir heutzutage zu viel wollen. Der erfolgreiche US-Blogger Mark Manson sieht es so. Wir ertrinken in einem Meer von Optionen und verlieren dabei das Glück aus den Augen. Die ständige Suche nach der besten Wahl überfordert uns. Also, was können wir anders machen? Finde heraus, was dir wirklich wichtig ist. Konzentriere dich auf das, was dich erfüllt und glücklich macht. Der Rest ist nebensächlich. Wähle den Kampf, der es wert ist. Stell dir vor, auf deinem Grabstein stünde deine größte Lebensleistung. Diese eine Sache, der du dein Leben gewidmet hast. Was wäre das? Das ist nicht so leicht aus dem Stegreif zu beantworten, oder? Natürlich haben viele von uns eine ungefähre Vorstellung davon, was sie im Leben erreichen wollen. Glück, eine liebevolle Familie, oder eine erfüllende Arbeit. Aber all diese Ziele sind vor allem eines, vage. Und das ist problematisch. Denn je unklarer deine Ziele sind, desto geringer sind deine Chancen, sie zu erreichen. Ganz gleich, was du im Leben erreichen willst. Der Weg dorthin ist voller Herausforderungen und Rückschläge. Um trotzdem weiterzumachen, brauchst du Willenskraft und Durchhaltevermögen. Stell dir vor, du möchtest CEO werden. CEO sein, klingt nach Macht, Geld und Ansehen. Doch CEOs arbeiten oft 60 Stunden pro Woche, treffen schwierige Entscheidungen und müssen manchmal Mitarbeiter entlassen. Wenn du nicht wirklich für diese Verantwortung brennst, wird dich diese Arbeit auf Dauer zermürben. Seien wir ehrlich, keiner von uns kommt um die Herausforderungen des Lebens herum. Jeder muss auf seine Weise kämpfen, um gut zu leben. Deshalb musst du herausfinden, was dir die Mühe wert ist. Finde eine Arbeit, die dich glücklich macht, dich herausfordert oder inspiriert. Dann wirst du den Stress nicht nur ertragen, sondern ihn gerne in Kauf nehmen. Nimm das Beispiel des Autors Mark Manson. Er entdeckte, dass ihm das Schreiben über Dating wirklich Spaß machte. Also startete er einen Blog mit Tipps zur Partnersuche. Der Anfang war hart, aber Manson liebte, was er tat. Das half ihm, die vielen Schwierigkeiten zu überwinden. Am Ende zahlte sich die Mühe aus. Der Blog gewann Hunderttausende von Abonnenten und ermöglichte es Manson, seinen Traumjob in Vollzeit auszuüben. Finde etwas, wofür du bereit bist zu kämpfen. Lerne, nein, zu sagen zu Dingen, die dich nicht weiterbringen. Sei entschlossen und trenne dich von Aufgaben und Beziehungen, die dich nicht erfüllen, sondern nur deine Energie rauben. Konzentriere dich auf das Wesentliche und lass den Rest los. Lass dich nicht von falschen Werten leiten. Die subtile Kunst des Loslassens. Wir leben in einer Zeit unbegrenzter Möglichkeiten. Egal, ob es um Karriere, Partnerschaft oder Medienkonsum geht, keine Generation vor uns hatte so viel Freiheit. Doch warum sind wir dann nicht alle rundum glücklich? Warum fühlen sich so viele stattdessen gestresst und unzufrieden? Vielleicht liegt es daran, dass wir zu viel wollen. Der erfolgreiche US-Blogger Mark Manson glaubt, dass wir im Meer der Möglichkeiten ertrinken und das wahre Glück dabei aus den Augen verlieren. Die ständige Suche nach der besten Option überfordert uns. Die Frage ist also, was können wir anders machen? Finde heraus, was dir wirklich wichtig ist. Konzentriere dich auf das, was dich erfüllt und glücklich macht. Der Rest ist unwichtig. Wie das funktioniert, erfährst du in diesem Text. Stell dir vor, auf deinem Grabstein würde später deine größte Lebensleistung stehen. Diese eine Sache, der du dein Leben gewidmet hast. Was wäre das? Das ist nicht einfach zu beantworten, oder? Viele von uns haben eine vage Vorstellung davon, was sie im Leben erreichen wollen. Glücklich sein, eine liebevolle Familie gründen, oder einen erfüllenden Job haben. Doch all diese Ziele sind oft unklar formuliert. Und das ist problematisch, denn je vager deine Ziele, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass du sie erreichst. Ganz gleich, was du im Leben anstrebst, der Weg dorthin ist voller Herausforderungen und Rückschläge. Um dennoch weiterzumachen, brauchst du Willenskraft und Durchhaltevermögen. Stell dir vor, du möchtest CEO werden. CEO sein, klingt nach Macht, Geld und Ansehen. Doch CEOs arbeiten oft 60 Stunden pro Woche, treffen schwierige Entscheidungen und müssen manchmal Mitarbeiter entlassen. Wenn du nicht wirklich für diese Verantwortung brennst, wird dich diese Arbeit langfristig zermürben. Die Wahrheit ist, keiner von uns entkommt den Herausforderungen des Lebens. Jeder von uns muss auf seine Weise kämpfen, um gut zu leben. Deshalb ist es entscheidend, herauszufinden, was dir die Mühe wert ist. Finde eine Arbeit, die dich glücklich macht, dich herausfordert oder inspiriert. Dann wirst du den Stress nicht nur ertragen, sondern ihn als Teil deines Erfolgs akzeptieren. Ein Beispiel dafür ist der Autor Mark Manson. Er stellte fest, dass ihm das Schreiben über Dating wirklich Freude bereitete. Also startete er einen Blog mit Ratschlägen zur Partnersuche. Der Anfang war schwierig, aber Manson liebte, was er tat. Diese Leidenschaft half ihm, die vielen Herausforderungen zu meistern. Schließlich zahlte sich seine Mühe aus. Der Blog gewann hunderttausende Abonnenten und ermöglichte Manson, seinen Traumjob in Vollzeit auszuüben. Finde etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Lerne, nein, zu sagen zu Dingen, die dich nicht weiterbringen. Sei entschlossen und trenne dich von Aufgaben und Beziehungen, die dich nicht erfüllen, sondern nur deine Energie rauben. Konzentriere dich auf das Wesentliche und lass den Rest los. Ein gutes Beispiel für falsche Werte ist die Geschichte von Dave Mustaine. 1983 wurde der Gitarrist aus seiner Band geworfen, kurz bevor diese ihren kommerziellen Durchbruch erlebte. Frustriert und gekränkt, gründete er die Thrash Metal Band Megadeth, die weltberühmt wurde und über 25 Millionen Platten verkaufte. Doch Mustaine blieb unglücklich, weil er seinen Erfolg ständig mit dem seiner früheren Band verglich, einer Band namens Metallica, die zu einer der größten und erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten aufstieg. Obwohl er mit Megadeth großen Erfolg hatte, fühlte er sich im Vergleich zu Metallica wie ein Versager. Dieser ständige Vergleich mit anderen ist ein typisches Beispiel für das, was Mark Manson als »beschissene Werte« bezeichnet. Du wirst nie glücklich werden, wenn du deinen Erfolg ständig an dem Anderer misst. Stattdessen solltest du deinen Erfolg an guten und gesunden Werten festmachen. An Dingen wie Ehrlichkeit, Bescheidenheit, Kreativität und Großzügigkeit. Diese Werte haben laut Manson bestimmte Eigenschaften. Sie sind in der Realität verankert, dienen der Gemeinschaft und haben unmittelbare und überprüfbare Auswirkungen. Ein anderes Beispiel ist Pete Best, der ebenfalls kurz vor dem Durchbruch aus seiner Band gefeuert wurde. Diese Band hieß »The Beatles«. Best musste zusehen, wie seine ehemaligen Bandkollegen zu weltweitem Ruhm aufstiegen, während er selbst in eine schwere Depression verfiel. Doch er lernte, sein Lebensglück auf andere Werte zu stützen. Er erkannte, dass ihm seine Familie wichtiger war als der Ruhm. Diese neue Perspektive führte zu einem glücklichen und erfüllten Leben, in dem er weiterhin Musik machte, ohne den Druck, kommerziell erfolgreich zu sein. Übernimm die Verantwortung für dein Leben William James, geboren im 19. Jahrhundert in eine wohlhabende Familie, litt unter gesundheitlichen Problemen und fand keine Unterstützung bei seiner Familie. Nachdem er sein Medizinstudium abbrach und sich in einer Lebenskrise wiederfand, dachte er sogar an Selbstmord. James erkannte, dass er sein Elend immer auf äußere Umstände geschoben hatte, seine fragile Gesundheit, die Kritik seines Vaters. Doch in dem Moment, als er beschloss, die Verantwortung für sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, änderte sich alles. Er arbeitete hart und wurde schließlich zu einem Pionier der amerikanischen Psychologie. Viele Menschen sehen sich als Opfer ihrer Umstände. Doch wenn du lernst, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen und deine Fehler einzugestehen, kannst du sie in Zukunft vermeiden und ein besseres und glücklicheres Leben führen. Befreie dich von einschränkenden Selbstbildern. Stell dir vor, du bist eine Führungskraft in einem erfolgreichen Unternehmen. Du verdienst gut, fährst ein schickes Auto, trägst elegante Kleidung und genießt das Ansehen deiner Kollegen. Besonders gefällt dir, wie du dich selbst siehst, du identifizierst dich stark mit deiner Rolle als Manager. Diese Position ist ein wesentlicher Bestandteil deines Selbstbildes. Eines Tages bietet sich dir die Gelegenheit, die oberste Stufe der Karriereleiter zu erreichen. Du könntest Geschäftsführerin oder CEO werden. Doch diese Chance bringt auch Risiken mit sich. Wenn du der neuen Verantwortung nicht gewachsen bist, könntest du alles verlieren. Den Job, das Auto, das Ansehen und womöglich sogar dein Gefühl dafür, wer du bist. Würdest du dieses Risiko eingehen? Viele Menschen würden davor zurückschrecken. Mark Manson beschreibt dieses Phänomen als das Gesetz der Vermeidung. Wir tendieren dazu, allem aus dem Weg zu gehen, was unser Selbstbild bedroht. Viele Menschen träumen davon, Künstler zu sein, Musiker, Schriftstellerinnen oder Maler. Sie haben Talent, aber scheuen sich, ihre Werke zu veröffentlichen. Sie fürchten, dass ihre Kunst keine Anerkennung findet und dass ein solches Scheitern ihr Selbstbild ins Wanken bringen könnte. Schließlich haben sie ihre Identität um den Traum herum aufgebaut, ein großer Künstler zu werden. Weder der Traum noch das Selbstbild sollen zerstört werden, also wagen sie es erst gar nicht. So kann auch nichts kaputt gehen. Es gibt jedoch Wege, um dieser Dynamik zu entkommen. Im Buddhismus gilt das, was wir oft als Identität, betrachten, als Illusion. Egal, welche Eigenschaften wir uns selbst zuschreiben, ob reich, arm, glücklich, traurig, erfolgreich oder gescheitert, sie sind letztlich nur mentale Konstrukte. Sie sind nicht real und spiegeln nicht unser wahres Selbst wider. Deshalb sollten wir ihnen nicht die Macht geben, unser Leben zu bestimmen. Du musst lernen, deine Vorstellung von Identität loszulassen. Stell dir vor, du hast dich immer als »Karrieremensch« definiert. Du hast deinen Job stets an erste Stelle gesetzt und dabei Familie und Hobbys vernachlässigt. Nun stell dir vor, du befreist dich von diesem einschränkenden Selbstbild. Du musst nicht dein gesamtes Leben der Arbeit unterordnen. Auch mit weniger materiellem Wohlstand kannst du glücklich sein und deine Energie in Dinge investieren, die dich wirklich erfüllen. Du könntest mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen, auf Weltreise gehen oder Modellflugzeuge bauen. Wichtig ist, dass du erkennst, dass du selbst entscheiden kannst, wer du sein möchtest. Überlege dir, wie du lieben möchtest. Shakespeare's »Romeo und Julia« ist vermutlich die bekannteste Liebesgeschichte der Welt. Doch es geht in diesem Stück nicht um eine stabile, reife und gesunde Beziehung, sondern um Chaos, Mord und Verbannung. Ganz zu schweigen davon, dass das Drama mit dem tragischen Selbstmord der Liebenden endet. Was sagt das über unsere Vorstellung von Romantik und Liebe aus? Es zeigt, dass wir offenbar von der stürmischen und zerstörerischen Kraft der Liebe fasziniert sind. Studien haben gezeigt, dass leidenschaftliche Liebe das Gehirn stimuliert, ähnlich wie Kokain. Man erlebt zunächst intensive Hochgefühle und stürzt dann ab, wenn der Rausch der Verliebtheit nachlässt. Manche Menschen werden regelrecht süchtig nach diesem Gefühl und stürzen sich von einer Beziehung in die nächste. Du kannst dir vorstellen, wie gesund ein solches Beziehungsverhalten ist. Hat Shakespeare sein berühmtes Stück vielleicht als Kritik an dieser zerstörerischen Kraft verfasst? Macht es nicht heute noch unzählige Menschen unglücklich, dass sie verzweifelt nach der großen Liebe suchen? Sollten wir die Idee der romantischen Liebe vielleicht ganz aufgeben? So weit muss es nicht kommen. Vielleicht sollte der Rausch der Leidenschaft nicht das einzige Kriterium dafür sein, ob eine Beziehung gesund oder ungesund ist. Stell dir vor, zwei Menschen sind unzufrieden mit sich selbst. Sie streiten viel und heftig, verklären diese Konflikte aber zur Leidenschaft. Solch ein Beziehungsverhalten ist auf Dauer ungesund. Beide Partner müssen irgendwann an sich selbst arbeiten und miteinander über ihre wahren Gefühle sprechen. In einer gesunden Beziehung sind beide Partner bereit, sich voll und ganz auf die Beziehung einzulassen. Sie setzen sich ehrlich mit ihren eigenen Schwächen, Verletzungen und Bedürfnissen auseinander und sind bereit, an sich selbst zu arbeiten. Dies gibt ihnen die Stärke, nicht nur auf sich selbst zu achten, sondern auch den Partner zu unterstützen. Sie respektieren die Grenzen des anderen und versuchen nicht, ihren Willen durchzusetzen. Das sind Anzeichen für eine reife und gesunde Beziehung, in der beide Partner verantwortungsvoll mit ihren Emotionen umgehen und offen kommunizieren. Hör auf, den Tod zu fürchten. Ob wir es wollen oder nicht, eines Tages werden wir alle sterben. Wie wir zu dieser unangenehmen Wahrheit stehen, beeinflusst maßgeblich, wie wir unser Leben gestalten. Der Anthropologe Ernest Becker widmete sich genau diesem Thema und verfasste in den frühen 1970er Jahren ein bemerkenswertes Buch mit dem Titel Die Überwindung der Todesfurcht. Darin stellte er zwei zentrale Thesen auf. Die erste These besagt, dass der Mensch Angst vor dem Tod hat, weil er sich hypothetische Szenarien ausmalen kann. Wir sind in der Lage, uns vorzustellen, wie unser Leben hätte verlaufen können, wenn wir andere Entscheidungen getroffen hätten, etwa eine andere Studienrichtung gewählt oder einen anderen Beruf ergriffen hätten. Doch diese Fähigkeit hat auch eine Schattenseite. Wir können uns nicht nur alternative Lebenswege ausmalen, sondern auch darüber nachdenken, was passiert, wenn wir nicht mehr da sind. Das führt uns zu Beckers zweiter These. Das Bewusstsein über die eigene Sterblichkeit verursacht Angst. Um diese Angst zu bewältigen, schaffen wir uns die Vorstellung eines abstrakten Selbst, das auch nach unserem Tod weiter besteht. Kurz gesagt, wir bemühen uns unser ganzes Leben lang darum, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Etwas, das unseren Tod überdauert. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgen Menschen unterschiedliche Strategien. Viele suchen Trost in religiösen Konzepten eines Lebens nach dem Tod. Andere streben nach Macht oder Ruhm, um die Welt nach ihren Vorstellungen zu formen und sich so Unsterblichkeit zu sichern. Diese Bestrebungen haben jedoch im Laufe der Geschichte immer wieder zu Krieg, Zerstörung und Leid geführt. Zudem schaden sie der eigenen Psyche. Der zwanghafte Drang, Spuren zu hinterlassen, führt zu Stress und Ängsten. Doch es gibt einen einfachen Ausweg. Wir müssen aufhören, nach Unsterblichkeit zu streben. Wir sollten uns von dem Wunsch nach Ruhm und Macht lösen und stattdessen den Fokus auf das Hier und Jetzt legen. Finde heraus, was dir Freude bereitet. Und wenn du es gefunden hast, teile es mit den Menschen, die dir wichtig sind. Zusammenfassung Wir verlangen zu viel von uns selbst. Wir versuchen, zu viele Dinge gleichzeitig unter einen Hut zu bringen, und das macht uns auf Dauer unglücklich. Deshalb müssen wir lernen, uns weniger um die Dinge zu kümmern, die uns stressen und belasten. Finde heraus, was dir wirklich am Herzen liegt. Lerne, nein, zu Dingen zu sagen, die dich nicht erfüllen oder weiterbringen. Konzentriere dich auf das, was dir wirklich wichtig ist. Und lass den Rest einfach los. Und wer – das, was dirin sie wäre. Ich lasse mich bei. Vielen Dank.